Hallo, ich bin Lola. Willkommen an Bord von meinem Mathe-Zug. Bevor der Zug startet, müssen wir eine Schwierigkeitsstufe wählen. Zähle die Zahlen zusammen. Zähle die Zahlen zusammen. Du bist spitze. Sortiere die Zahlen von 10, 14. Du bist spitze. Zähle die Zahlen zusammen. 60. Du bist spitze. Zähle die Zahlen zusammen. 60. Du bist schlau wie ein Panda. Wie viele Süßigkeiten weniger sind in der grünen Schachtel? 5. 10. Wie viele Süßigkeiten weniger sind in der grünen Schachtel? 3. Du bist spitze. Zähle die Zahlen zusammen. 70. Du bist schlau wie ein Panda. Zähle die Zahlen zusammen. 70. Fantastisch! Zähle die Zahlen zusammen. 40. Du bist spitze. 40. 49. 50. 50. 50. 50. Beweilig Beweilig Wir dürfen jetzt ein Kostüm nehmen. Such dir eins aus und bringe ihn. Wow! Zähle die Zahlen zusammen. Bevor der Hallo Löse die Minusaufgabe. Die Krise ist spitze. Löse acht. Klasse! Löse vier. Wow! Eins. Sieben. Elf. Elf. Fantastisch! Welche Zahl fehlt hier? Sieben. Du hast es echt drauf. Welche Zahl fehlt hier? Sieben. Wow! Welche Zahl fehlt hier? Neun. Du bist schlau wie ein Panda. Multipliziere die Zahlen. Fünfzehn. Klasse! Zähle die Zahlen zusammen. Fünfzig. Du hast es echt drauf. Zähle die Zahlen zusammen. Zähle die Zahlen zusammen. Zähle die Zahlen. Standardschen. Zähle die Zahlen. Vielen Dank.